Liebe Community, heute haben wir zu Gast Dr. André Nehmert, ausgebildeter Ingenieur, dann ging das weiter in seinem Berufsleben, Medizinstudium, Weiterbildung zum Thoraxchirurgen. Du hast da sehr erfolgreich gearbeitet, verschiedene Leitungspositionen gehabt und in meinen Augen kam dann doch das Interesse wieder durch, Ingenieurwissenschaft, Datenwissenschaft in der Verbindung mit Medizin und wir hören jetzt am Beispiel digitale Ethik, was es alles Neues gibt. Lieber André, Ethik ist nicht neu, aber was bedeutet Ethik im Kontext von Digitalisierung? Du, Ethik als Wissenschaft der angewandten Moral begleitet uns ja schon seit Hunderten von Jahren und für mich bedeutet es vor allen Dingen Orientierung. Orientierung, besonders immer dann, wenn wir in Zeiten von Unsicherheit Entscheidungen treffen müssen, da bietet uns die Ethik eine Orientierung und einen Kompass, an dem wir uns durchaus unsere Handlungen ausrichten können. Gerade und besonders in der Medizin wachsen wir mit dem Thema Bioethik ja auf. Es ist Teil der curricularen Ausbildung, aber es ist auch Teil unserer erlebten Realität, tagtäglich Entscheidungen treffen zu müssen auf der Basis ethischer und Werte, die unsere Handlungen bestimmen. Heute gibt es ja Werte und Wertschöpfung, das Ökonomische an der Stelle. Kann man das miteinander verbinden oder sind das wirklich zwei Dinge, die immer wieder gegeneinander laufen? Nun, ich möchte es mal vielleicht so formulieren. Es ist ja mittlerweile das Daten, die der Rohstoff der Zukunft sind, das Gold der Zukunft sind. Und ich würde an dieser Stelle tatsächlich mal ein neues Narrativ anwenden wollen. Nicht Daten sind der Rohstoff und das Gold der Zukunft, sondern Vertrauen. Die gesamte ökonomische Wertschöpfungskette, von der du gerade sprachst, wenn wir das mal durchdeklinieren würden, bin ich der Meinung, dass zukünftig nicht nur ein Datensatz, sondern vor allen Dingen das Vertrauen darauf, was mit diesen Daten passiert und wie es in die Wertschöpfungskette eingebracht wird, das Unterscheidungsmerkmal sein wird. Und nicht nur, wie es technologisch gesammelt, angewandt und vielleicht gespeichert wurde. Lieber André, Vertrauen hast du gesagt, das ist ja die Grundlage gerade für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Und das Ganze beginnt dann mit dem hippokratischen Eid. Das wissen vielleicht auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht, was dabei passiert. Kommt man da irgendwie zusammen und legt diesen Eid ab? Vielleicht sagst du das einmal und wie du diesen ganzen Weitergedacht im Kontext eben jetzt auch mit den Daten siehst. Wie du ja selbst weißt aus deiner Biografie, es gibt tatsächlich ja nirgendwo die Institutionen, wo wir uns hinstellen, den Arm zum Schuh heben. Aber es ist Teil unserer Ausbildung, es ist Teil unseres Selbstverständnisses als Arzt. In dem Maße aber, wie wir Ärzte Entscheidungen abgeben müssen an automatisierte Systeme. In dem Maße ist es aber auch wichtig, dass die Verantwortung für einen Teil der Entscheidung genau den Menschen auch übertragen werden muss, der diese automatisierten Systeme, Stichwort KI, Künstliche Intelligenz, die diese automatisierten Systeme programmieren, die diese Daten dort eingeben. Und weil sich auch diese Programmierer ihrer Verantwortung bewusst werden müssen, spreche ich davon, dass auch diese Programmierer den hypokratischen Eid ablegen müssen. Natürlich auch nicht, dass es tatsächlich eine Institution ist, wo ein Programmierer hingehen muss und seinen Arm heben muss. Aber es geht um das Gefühl der Verantwortung für das, was wir tun. Und das wird in diesem Maße halt auch nicht nur mehr bei uns Ärzten liegen, sondern das wird auch noch bei ganz anderen Professionen liegen, die mit eingebunden werden müssen. Die letzte Meile in der Medizin ist analog. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis von einer ganz besonderen Vertrauensbeziehung geprägt wird. Und wir Ärzte natürlich zunehmend jetzt in der modernen Medizin Software und Technologie anwenden, die uns unterstützt, von der wir aber möglicherweise gar nicht mehr so genau wissen, wie sie funktioniert. Wenn ich früher für die Orientierung, wenn ich Unterstützung brauchte und mir ein Buch dazu zurate gezogen habe, wusste ich, wer der Autor ist. Ich wusste, wo die Daten herkommen, wo die Forschungsergebnisse herkommen. Und konnte mich mit gutem Gewissen darauf verlassen. Wenn ich heute ein Stück Software anwende, von dem ich nicht weiß, wer es programmiert hat, welche Daten eingeflossen sind und welcher möglicher Bias, der sogenannte vorurteilsbehaftete Datenansammlung, welcher Bias da drin ist, kann ich möglicherweise die Verantwortung, die ich für meinen Patienten trage, auf dieser letzten Meile gar nicht mehr so gerecht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017